und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde randals monday ein bisschen lautstärke reduzieren das letzte mal weiß ich nicht mehr was wir getan haben es ist schon eine woche her deswegen ab in der seitenstraße was sie an sie an wenn das nicht unser geschäftspenner ist wie gefällt dir mein büro mein innenausstatter sagt er soll eine lässigeren urbanen look haben ja schön sehr geschmackvoll aber du erzählst mir jetzt erstmal alles über diesen fluch der auf mir liegen soll was ist hier eigentlich los weißt was über karte die so heftig sind um ein vermieter zu zitieren weißt welcher tag heute ist alles außerdem weißt du was über karte die so heftig sind dass sie das raum zeit kontinuum verändern können naja hast du schon mal was von reannuellem wein gehört damit wirst du schon stunden bevor du ihn getrunken hast besoffen echt starkes zeug du könntest den übelsten karte aller zeiten habe ohne zu wissen was eigentlich los ist das hast du doch gerade ausgedacht oder das habe ich in einem buch gelesen ja klar wir alle wissen dass mr pratchett arbeit ganz und gar auf wahren begebenheiten basiert es geht hier um wein um meinen vermieter zu zitieren weißt du welcher tag heute ist nein ich meine ist heute montag dienstag ich sagte ich weiß es nicht es ist nur ich habe das gefühl ich erlebe den selben tag noch mal das gefühl kenne ich kumpel wirklich tust du das natürlich sie mich doch an ich bin immer von kartons umgeben gehe von gasse zu gasse in der hoffnung dass irgendein afrikanischer prinz vorbeikommt und mir einen umschlag in die hand drückt ich weiß gar nicht wieso ich eigentlich noch mit ihr rede weil ich all die antworten habe die du suchst aber hast du auch die richtigen fragen natürlich habe ich die richtigen fragen bin ich in der zeit gefangen bin ich tot oder was anderes habe ich die richtigen fragen die hast du du weißt es nur noch nicht was soll das denn wieder heißen nichts ich wollte nur klämer klingen mission fehlgeschlagen alter bin ich in der zeit gefangen das ist nicht die frage die frage ist wo bist du genau jetzt okay wo bin ich du bist hier in der gasse weißt du das nicht ich kann nicht glauben dass ich darauf eingefallen bin bin ich tot nein das konzept wäre für die leute zu enttäuschen was für leute schon gut ich glaube ich gehe mal besser bevor du noch anfängst über asimovs gesetze der robotik zu reden wir sehen uns ja das werden wir verfluchter alter fangen nicht wieder damit an wegen dieser sache über die wir geredet haben du erzählst mir jetzt erstmal alles über diesen fluch der auf mir liegen soll was ist ja eigentlich los wir alle haben damit zu kämpfen uns selbst zu finden unser leben so gut es geht den balance zu halten einen fuß in der vergangenheit während der andere in eine ungewisse zukunft tritt ich hab langsam echt kein bock mehr auf deine lahmen fernsehweisheiten warum kannst du nicht einfach mal was zusammenhängendes sagen ich mein klar du bist ein penner und so du musst manchmal einfach rumpöbeln aber ich wette du weißt mehr als es scheint ich weiß ne menge dinge jedes gestern ist wie eine perlenkette ununterbrochen unveränderbar aber wenn wir unsere vergangenheit ändern könnten könnte das auch verändern wer wir sind was du mal machen könntest wäre ich weiß nicht vielleicht mal den kanal wechseln all diese sci-fi sendung machen dein gehirn matschig also noch mehr als sonst das sagt mir der typ der nicht mal die gefährlichen verschiebungen im raum zeitgefüge bemerkt die um ihn herum passieren ich sag dir was kumpel dein fluch interessiert mich nicht aber pass auf was du da draußen an fast ok und sagt nicht ich hätte dich nicht gewarnt siehst du jetzt redest du schon wieder über flüge und das raumzeit kontinuum vielleicht brauchst du einfach mehr ballaststoffe die aussicht auf erneuerung hat uns schon immer fasziniert das verlangen nach wieder auferstehung ist tief in unserem bewusstsein verwurzelt eine wiedergeburt und körper und seele eine zweite chance fertig mit der billigen philosophie stunde ok warum bist du der einzige der weiß was mit mir los ist weil ich das auch schon hinter mir habe junge wird so alles was du anfasst wird gezeichnet verflucht genau wie du verdammt dazu in einer schleife gefangen zu sein ohne sich zu verändern in dieser welt und in jeder anderen hier und jetzt alles was du berührst schreibt die vergangenheit neu damit die gegenwart wie wir sie kennen nicht auseinandergerissen wird eine gegenwart die anders ist aber doch immer gleich bleibt man ich verstehe kein wort die zeit wird es zeigen mein freund wenn du noch mehr hinweise brauchst gehe einfach dorthin zurück wo alles begann kleidens das weißt nur du allein okay ich schaue vorbei sobald ich kann auch mir fällt gerade ein ich muss noch alles außerdem hier erledigen tschüss ja das war der übelste mindfuck schon wieder erst da warte wo alles begann ich versuche ja immer dem gespräch mit fremden aus dem weg zu gehen ich vermeide den kontakt mit fremden soweit es geht so dann ja jetzt ist kleidens freigeschalt ich sollte zu mädchen kramer klang ziemlich angepisst ich vor das besser nicht heraus ich sollte ja welche die man kann du kannst in diesem spiel nicht sterben das will nichts heißen auch bei deponia bin ich gestorben und bei tunguska den lasse ich lieber in ruhe dann gehen wir mal rein äh gibt's jetzt hoch nein dann gebe ich rein hey sally wie geht's dir? halt die fresse halt deine scheiß fresse hey was habe ich denn gemacht? oh richtig du tust niemals irgendwas randall hicks gott ich hab dich so satt hau ab was ist passiert? was ist denn in dich gefahren? normalerweise fängst du nicht an zu schreien bis ich was kaputt gemacht hab das kann doch alles nicht wahr sein was soll ich nur machen? wir haben die hochzeit schon bezahlt ich glaub's einfach nicht was tue ich jetzt? was zur hölle tue ich jetzt nur? ganz ruhig alles wird gut was? willst du mich verarschen? naja das sagt man doch in so einer Situation oder? im ernst lass mich einfach allein da ist ein Cop der auf dich in der Küche wartet und der sieht nicht sehr glücklich aus übrigens ist gestern irgendwas passiert meine Erinnerung ist etwas vernebelt du willst wissen was passiert ist? tja ihr seid passiert ihr habt's mal wieder verbockt alles was ich wollte war meine Verlobung feiern war das denn zu viel verlangt? aber wir haben doch eure Verlobung gefeiert oder nicht? was ist also deine Vorstellung von feiern? mein Verlobter hat sich buchstäblich über unsere ganze Küche verteilt oh ja was für eine Feier über die ganze Küche verteilt? ganz genau was zur Hölle hast du ihm gestern gesagt? ich? gar nichts du hast was gemacht ich weiß es einfach hey er war mein bester Freund ich würde nie etwas tun das ihm schadet permanent schadet was hat Matt diesmal angestellt? du weißt es wirklich nicht? woher denn? weil du ihn immer zu allem möglichen verrückten Scheiß anstiftest na los sieh dir dein jüngstes Werk an du wirst beeindruckt sein sieht für mich nicht so lustig aus du Mörder! ich? was? halt's Maul! hat er gesagt was er will? nein aber denk du hast etwas mit all dem zu tun und ganz ehrlich das glaube ich auch naja das stimmt aber nicht mal echt blinder Vandalismus ist mehr mein Ding das weißt du doch du weh das nicht an warum? wegen dem was du getan hast was habe ich denn getan? lies den Brief dann weißt du es welchen Brief? Mads Abschiedsbrief oh der Brief o-o-okay hier mal ein Tipp lern mal deine Wutausbrüche unter Kontrolle zu bekommen Wutausbrüche? Wutausbrüche? ja genau das ist es okay dann gehen wir in die Küche entfernen wir uns mal von der sympathischen Frau heilige Scheiße alter das habe ich nicht erwartet und was hast du erwartet? frischen Apfelkuchen? der war gut nett naja nicht unbedingt Apfelkuchen aber schon irgendwie Gebäck Mr. Randall Hicks äh ich habe es lieber wenn sie mich Susan nennen jetzt wird mal nicht frech kleiner ein falsches Wort und du wanderst direkt hinter Gitter und glaub mir Susan wird noch der netteste Name für dich da drin sein oh er war mein bester Freund ich würde ihm nie etwas antun beste Freunde ja tja irgendwas sagt mir du bist gar nicht so ein guter bester Freund gewesen und irgendwas sagt mir sie sollten im Dienst nicht so viel rauchen der Junge hat recht sir wenn ich deine Meinung hören will sag ich's dir schon hey wenn ich Alpha Männchen google glauben sie ich krieg dann ihr Bild als Ergebnis Sergeant? oh sieh an wir haben uns einen Witzbold geangelt denkst du das hier ist witzig? na sag schon Witzbold ich weiß nicht schwer zu sagen einerseits tut Matt mir leid wieder mal andererseits also sein Torso da so auf dem Boden überall Blut da das ist ein ganz neues Gefühl ich weiß nicht wie ich das einordnen soll aber auf eine gewisse Weise ist es komisch ja definitiv Matt tut dir wieder mal leid? was soll das heißen? oh nichts er ist nur einmal im Vergnügungspark verloren gegangen und hatte echt Angst aber das war nichts was man mit einer Monsterportion Zuckerwarte nicht hätte wieder hinbekommen können ok kommen wir mal zur Sache woher wusstest du dass das Matthew Griffins Leiche ist? ähm dieses Charisma diese Grazie diese Eleganz wer sonst sollte es sein? du fängst besser an das hier ernst zu nehmen du Arschloch hier ist ein Mord passiert also lass die dummen Sprüche sonst gibt's noch einen kapiert? Sir wie gesagt es war nur ein Selbstmord es fällt mir schwer das zu glauben tja glauben sie's diese Leute sehen aus als verstehen sie ihr Handwerk danke Kleiner wir arbeiten auch sehr hart wenn ihr mit eurem Geplauder fertig seid würde ich gern den Verdächtigen weiter befragen sicher dass ihr sonst nichts mehr auf dem Herzen habt? so sicher wie heute Montag ist und es ist doch Montag richtig? richtig woher kanntest du Mr. Griffin? äh wir sind Freunde das ist halt übel ähm ähm wir sind zusammen aufgewachsen aber ich schwöre ich habe seinen Robo Taschenrechner nicht geklaut ich hab keine Ahnung wie der in meine Spielzeugkiste geraten ist eher ein Wort du zögerst mir etwas zu viel Junge man klaut seinen Freunden nichts das ist einfach nicht richtig ich sagte doch ich habe nichts gestohlen du verrätst dich selbst du Trottel ich weiß nicht nur dass du was zu verbergen hast sondern jetzt weiß ich auch dass es was mit Diebstahl zu tun hat und deinem dummen Gesicht nachzuurteilen machst du das ziemlich oft fast schon aus einem Impuls heraus was? nein das ist nicht wahr ich habe nichts davon gesagt wir sind zusammen aufgewachsen und wir waren sehr gute Freunde und das war's ah Kindheitsfreunde ja interessant ja und das war's und das ist alles? ja das war alles ich will jetzt gehen nicht so schnell ich will genau wissen wo du warst und was du gemacht hast als dein Freund hier sich entschlossen hat die Wände mit seinen Innereien zu verschönern naja also das das ist etwas kompliziert weil äh lustige Sache oh wirklich? na dann schieß los ich liebe lustige Geschichten sehen Sie ich ich hab gestern ne Menge gemacht war ein irrer Tag aber dann bin ich aufgewacht und nichts davon war passiert ich mein schon irgendwie aber nicht gestern sondern heute aber nicht im selben heute verstehen Sie? äh nein tu ich nicht und das war nicht lustig also frag ich einfach nochmal was hast du letzte Nacht gemacht? ich weiß wirklich nicht was ich sagen soll mein Vermieter sagte ich wäre gestern betrunken nach Hause gekommen genau hier mit ich erinnere mich daran genau hier mit Ihnen gesprochen zu haben ach was tja ich definitiv nicht Susan tja dachte ich mir wir hatten gestern genau dasselbe Gespräch wovon zur Hölle redest du? gestern hatte ich frei und war weit weg von Abschaum wie dir ja naja sieht aus als wenn ihr gestern und mein gestern nicht viel gemeinsam haben ach komm versuch nicht mich zum Narren zu halten glaubst du wirklich du kommst hier raus nur weil du auf unzurechnungsfähig machst? ach nein es ist einfach nur mein scheiße wie langweilig Gesicht und wenn wir dann fertig sind würde ich gerne abholen ich hab ne Menge auf dem Zettel verstehen Sie? nicht so schnell Alison das hier ist noch nicht vorbei ach jetzt ist es Alison echt jetzt? gefällt dir nicht? dann verklag mich doch werde ich auch machen äh warten Sie das nicht ach komm Sie das nicht was wollen Sie denn noch? ne Autogrammkarte? ich würde ein unterschriebenes Geständnis vorziehen ich weiß dass du was verheimlichst und ich werde nicht aufgeben bis ich herausgefunden habe was das ist Miss X im Ernst was wollen Sie von mir? ich weiß nichts du standest dem Opfer nahe und dein Name tauchte im Abschiedsbrief auf meinst du nicht das macht dich verdächtig Olivia? oh großer Gott suchen Sie sich einfach einen Frauennamen aus und bleiben Sie dabei okay Sie verwirren mich das ist mein Job das erinnert mich voll an wie heißt denn der hier an Doktor irgendwas aus Grubs wie er wie heißt denn der andere äh wie er den halt immer mit Frauen namen betitelt hat ja man sieht ich habe diese Serie intensiv geguckt was mir heute übrigens beim äh Schnitt aufgefallen ist dass Wilson der Volleyball im Büro des Postamts zu sehen ist erwarten Sie dass ich sage ich habe ihn getötet wird nicht passieren natürlich nicht das weiß ich doch aber ich will wissen wie tief genau du drin steckst und ich presse das aus dir raus alles und ich glaube ich werde es genießen ach kommen Sie lassen Sie mich schon diesen blöden Brief lesen dann haben wir es hinter uns nur zu lies ihn aber ich sag dir jetzt schon du siehst nicht sehr gut darin aus oh und äh beweg deinen Arsch hierher zurück wenn du durch bist na klar immer doch oh Käpt'n mein Käpt'n die schwere Fahrt ist aus eine ungewisse Zukunft erwartet uns und das erste Mal habe ich Hoffnung denn wenn eine Maschine ein Terminator den Wert menschlichen Lebens erkennen kann können wir es vielleicht auch ich möchte Randall für jede einzelne seiner selbstsüchtigen Taten danken dank dir sind meine Augen jetzt endlich offen und jetzt da du mir das genommen hast was mir am liebsten ist weiß ich ich muss den Tod nicht fürchten dir möchte ich auch danken Mutter danke fürs Renovieren der Küche für all die hochwertigen Geräte aber das was ich am meisten bereue ist dass ich dich zurücklasse Sally in diesem Karussell das wir Leben nennen warst du das Beste was mir jemals passiert ist es tut mir leid dir das anzutun aber du musst weitermachen flieh vor diesem Wahnsinn und dreh dich nicht um lass dich von Randall nicht auf die dunkle Seite ziehen das allein zählt fall nicht auf ihn herein eine Sache noch John mit dieser Maschine zu sehen es machte die Dinge plötzlich so klar der Terminator würde niemals aufgeben er würde ihn niemals verlassen und er würde ihm niemals wehtun niemals anschreien niemals trinken und ihn schlagen oder sagen er sei zu beschäftigt um Zeit mit ihm zu verbringen er würde immer da sein und er würde sterben um ihn zu beschützen von allen Möchtegern-Vätern die kamen und gingen war dieses Ding diese Maschine der Einzige der etwas taugte in einer wahnsinnigen Welt war das die einzig rationale Entscheidung ergebenst Walt Whitman ok wow ich weiß nicht was ich sagen soll den Selbstmord mal außen vor reinste Poesie ich habe immer noch das Bild in meinem Kopf wie beide spielen während die Mutter im Hintergrund steht das Messer in der Hand Alter ich bin zu tränen gut dann warst du dann warst du es schon wieder ich bedanke mich an der Stelle bei euch für Aufmerksamkeit hoffe ich hat Spaß und wünsche euch einen wunderschönen Tag bis dann und ciao ciao Tja 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 Untertitelung des ZDF, 2020